ja hallo leute willkommen zum dritten part battle 4 1942 wir spielen gerade immer auf der map, wie heißt die nochmal? Life of Britain ah genau und da gibt es eigentlich nur flugzeuge wir können eigentlich nur verlieren weil bei uns die tickets die ganze zeit runter gehen aber ich denke das wird eine ziemlich lustige runde weil es hier wie schon nur wenn bloß flugzeuge gibt und wir gehen jetzt alle gemeinsam in einen Bombo rein sobald ich einen finde ok ein Winterbombo oder ein anderes eine ganz schwere Bombo Questor fliegt und ich bin schon im Frontgeschäft Questor kann gut fliegen oder wie war das? ja ich bin eigentlich bei Questor rein ja ja ich kann ganz gut fliegen da bin ich unten am schießen oder oben? ok ich bin ganz unten am schießen oh schade der ist auch noch Eis also ich flieg wahrscheinlich jetzt zu mir geschissen Knaps wird sich jetzt erstmal geohnt und wird überfahren und die Knaps ist schon wieder im falschen Team Knaps glaube ich ist schon wieder im falschen Team ja ok es sind nur drei Gegner das ist ziemlich blöd ok versuchst so lange wie möglich am Leben zu bleiben Rage quitten die schon mal wieder alle ja ja ich glaub ja ich glaub sowieso dass wir noch zwei Runden machen und dann war es das für heute negativ einverstanden ja wohl ich kann systematisch alles ausschalten warum verlieren wir hier eigentlich durchgehend Tickets? das weiß ich nicht ich glaub ja das ist die einzige Map die hier historisch sowieso schon verloren ist ey kann schon mal über die Base so fliegen dass ich da was abschießen kann oh wir werden so abgeschossen ich guck doch nach unten wieso seh ich den Himmel? äh wenn ich nach oben gucke dann sehe ich den Himmel irgendeiner sitzt im Flakding drinnen und hat keine Ahnung wie er das benutzen muss ja merk ich auch grad er schießt an uns vorbei jetzt mal der ist rechts oder so wie muss man das Flakding denn benutzen? einfach auf die Leute schießen also auf die Flugzeuge oh das wird eng das wird eng das wird ganz ganz eng oh oh das wird die sterben wow 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 aus der Frontperspektive sah das am schlimmsten aus glaub mir ja ich hab's gar nicht mehr gesehen aber also ich hab nur auf dem Boden gesehen ey wie kann man eigentlich Fallschirm öffnen? 9 9 so wie früher immer 9 9 9 Warum müssen wir hier Fabriken ausschalten? das ist das Ziel der Luftoffensive im zweiten Weltkrieg gewesen wow schon klar aber warum müssen wir das hier machen? ja weil wir diesen Luftkrieg nachspielen in dieser Map aber wir verlieren doch sowieso ja das haben die Deutschen auch was müssen wir tun? mir ist schon klar sie haben gegen die Spitfire verloren auch gegen die Hurricane nein sie haben verloren weil ja das hat mehrere Gründe das liegt nicht in den Fliegern ja keine Langstreckenjäger bla ich weiß ich brauche einen Lufttrumpel so wir haben keine Bomben mehr ich flieg zurück juhu kann ich hier bleiben? ja kannst auch springen wenn du willst tschüss tschüss kannst du ja später abholen da ist ein Flugzeug dann findiges Flugzeug dann findiges Flugzeug ich parachute grad aus und vermien ihre Flugzeuge ihr kommt alle hier her ne? heiko heiko ich hab ich hab C4 das ist sehr gut ok hier ist Flugzeug abschießen tepo äh nicht tepo ich mein Questor nämlich in unsere Base warte ich bin mit Ice Tube ah ne du kannst ja nicht fliegen ich kann fliegen ich kann fliegen ich kann fliegen wir liegen hier überall im Internet wir fliegt uns irgendwas um die Ohren nämlich Kugeln hast du das schon wieder Yoshi? was nein ich weiß nicht also das Land muss noch mal üben ja das Land muss noch mal üben nein 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 Yoshi du stirbst, du stirbst dir bewusst weißt du was hab ich denn gemacht? kann mir mal einer sagen wo die Gegner sind? keine Ahnung was flacken ist jetzt also ich hab im Sack irgendwo Alter Entschuldigung das ist nochmal unsere Aufgabe ja natürlich hab ich halt auch das da unsere Aufgabe ist zu sicher Yoshi nehm dich das Flugzeug nehm das Flugzeug im Hangar das andere hab ich vermien äh ich hab Angst das andere hab ich das andere hab ich das andere hab ich auch vermiened aber egal ah das bist du Spitfire 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 links 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 ah ne das doch nicht ich glaub die wollen einen Bodenangriff starten die Spitfire bin ich kannst hier keinen Bodenangriff starten Mädel doch guck mal auf die Map Ice Tube nimm du mal das Flugzeug wo ist hier ein Boot? ich dachte man kann hier rüber fahren egal ne ich nehm kein Flugzeug ich bleib jetzt hier und warte bis ich die Scheiße nimm was hast du eine Hand? das nennt sich Zünder wo hast du es platziert? am Flugzeug ich seh ein feindliches Flugzeug ich auch wieso bin ich grad gestorben? Yoshi Yoshi du dumme Hure mach das noch einmal Yoshi und Ice Tube sind beste Freunde geworden heute das ist echt läuft ja auch ich seh es kommen da gibt es jetzt immer Stress unter jedem Video wenn ich das starte hey das können wir gewinnen geil das können wir sogar gewinnen geil das können wir gewinnen wie? oh ich brenne oh jetzt bin ich tot den Radar-Turmont oh ne doch nicht wir dürfen die Sterben das können wir eigentlich gewinnen nein wir müssen die Radar-Türmer und die Fabrik ausschalten stimmt warte ich flieg grad auf einen zu klopp nein ok wo ich jetzt oh ich flieg mal zurück Yoshi wo bist du? nein nicht da wo du bist hoffentlich oh ne scheiße du bist doch da wo ich bin verdammt Eranor nein Questor kannst du warten bis du losfliegst ich bin mit drin ich bin sowieso noch mal reparieren irgendjemand hat die kaputt gemacht ich diesmal nicht war ich nicht da war so ich kam in meine Base rum jetzt will Eistypen erstmal nicht töten komm her komm her komm her oh lol da war ein feindlicher was hab ich denn getan? ne da war ein feindlicher äh Dings am Montagsdach hol die mit nen Manky runter und ich heil bester Mannes lol war geht das ach das wird noch lustig Tepo brennt dann übrigens der wird wahrscheinlich so gut kriegen zu Base also ich forderiere keine Teamkills wenn wir auf ein Minecraft zaubert ich euch beide jetzt getort ja dann musst du Yoshi aber auch einmal erschießen weil der hat mich auch getötet einmal? dann musst du schon zehnmal erschießen ja und ich toleriere auch keine Teamkills erano hast gefallen ok der ist tot ich fahr so gerne Auto und ich bin so saffend ok weißt du hier stand Bomber irgendwo ich bin so auf einer Autofahrer ich bin so auf einer Autofahrer ich bin so auf einer Autofahrer leil wirklich Leute lasst es lasst es und ich aufschieß beide ok stopp 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 ich spreng mich selber um weil ich war kein Fassel weil ich noch nicht bemerkt hab hier sind lauter feindliche Flugzeuge okay mir ist das noch eine Haftung aber jetzt dann tut vielleicht also äh ja ja siehst du was mit meinem Internet nein es liegt am tierisch verschnapp äh und volleck das bei euch an ja ich höre euch nur lenken ich höre euch auch nur lenken ja das Lenk ran ein bisschen alle wie ihr mitbekommt es ist gut Oh, fuck, das ist eine von uns. Oh, das ist auch eine von uns. Ich lerne gerade fliegen. Ich lerne gerade fliegen. Ich lerne gerade fliegen. Dann hat sich Steuerung so umgestellt, dass sie ist wie ein Wafon. Sie ist nur sensibler. Okay, aber ein kleines Problem. Der Maus legst du also. Naja, das legst du immer. Oh, aber was hinter mir? Ich glaube ja, ich ziehe da ein Internetkamer. Deshalb mach ich mir doch nichts. Keck gerade mein Internet ab oder allgemein alles? Alle. Ah, okay. Also, hört ihr nun mich abgehackt oder hören die alle abgehackt? Ich höre alle abgehackt. Okay, dann kannst du dich hier schauen. Questo, warte, ich will mit ihr fliegen. Warte, da bist du. Hast du gemerkt? Ich bin zu ihrer Weisenschaft. Ich bin zu meiner Weisenschaft. Ja, ich bin zu meiner Weisenschaft. Ich bin zu meiner Weisenschaft. Wie warte ich mir nachher? Hab ich überlegt? Es steht gar nichts mehr. Ach, wie war es? Ach, wie war es? Auf, wie war es? Ach, wie war es? Ach, wie war es? Noch auf meiner Weisenschaft? Okay. Okay, ich habe versucht, dass es sich so schön zu wollen, aber ich glaube es nicht. Bisschen Regie. Okay. Wollen wir das abends noch eins gehen oder einfach? Das ist überhaupt nicht alles. Ich weiß es nicht. Machen wir das jetzt, mache ich nur schnell das Video fertig und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Hey, ist das ein feiniges Flugzeug? Hey, ich bin nicht. Hey, ich bin nicht. Hey, ich bin nicht. Zum nächsten Mal machen wir die Unlock kaputt. Ah, jetzt geht es wieder. Ja. Oh. Ja, es läuft. Juhu. Eben kommt man gar nicht mehr verstehen. Ich dachte schon, du kannst die Aufnahme in die Tonne treten. Ja, nö, es ging. Oh, fuck. Was machen Yoshi und Crestor da? Ähm, hier sind Boden-Spezialeinheiten und sprengen jetzt erstmal die scheiß Dinger hier in die Luft. Habe ich auch schon gemacht, gerade eben, aber ich wollte aufgeschossen. Ice View. Oh, verdammt. Ich habe das wollen gefällt. Egal, vergiss es. Ich wollte schon mit ihr fliegen. Also gemeinsam. Ja, weil ich kann jetzt fliegen. Ich kann, ich habe fliegen gelernt. Das ging schnell. Getötet. So, ich töte mich noch schnell selber. Guck mal, ich mache jetzt einen Barrel Roll. Ich selber. Da unten, für die Zuschauer. Da bin ich gerade explodiert. Ähm, ja, wir haben ziemlich aufs Mauer bekommen. Oh mein Gott. Ich habe gerade so gefailt. Ich nehme meinen Eistee schräg und sehe nicht, dass der offen ist. Ich habe mir das ganze Hemd gerade voll gekippt. Voll gekippt. Okay. Naja, ich mache mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao, Leute.